Europa League Zwischenrunde und es hätte uns leichter treffen können. Ihr seht das, Sporting Lissabon ist unser Gegner in unserem Stadion hier Anfang Februar bzw. im Februar 2024. Meine Damen und Herren, ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. Ich habe das Leverkusen Let's Play ein paar Tage vorgezogen und es kommt heute am Sonntag raus. Ich habe wahnsinnig Bock auf diese vielen Spiele in den englischen Wochen gerade und freue mich mega darauf, deswegen jetzt schon die nächste Folge zu präsentieren. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und lasst uns in die neue Folge und in diese heiße Phase der Saison einsteigen. Es geht gegen die Portugiesen aus Lissabon und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Gucken direkt mal auf den Vergleich. Ich habe tatsächlich in Lissabon mal bei denen ein Spiel geguckt. Doppelpack damals, ne ich glaube sogar dreifach Torschütze, Bastos bei einem 5 zu 1. Habe ich tatsächlich im Stadion gesehen und insofern interessiert es mich, wie die Mannschaft sich hier verändert und aufstellt mittlerweile. Wir sehen Ugarte im defensiven Mittelfeld mittlerweile zu, lasst mich nicht lügen, Paris gewechselt. Pedro Gonçalves auf links außen, auch sicherlich ziemlich stark. Ihr seht das auch an diesem kleinen Krönchen, der macht hier die meisten Tore für Sporting, für die Portugiesen. Und ansonsten eine starke Dreierkette hinten drin spielen mit zwei Schienenspielern außen. Und insofern werden wir uns ein bisschen drauf einstellen müssen, aber die Stärken bei uns liegen auf der Hand. Patrick Schick vorne drin, Schwachstelle so ein bisschen Paulinho als Stürmer, zumindest rein stärketechnisch. Wir gucken, ob nehmen wir Gonçalves hier in eine Sonderbewachung zu Hause. Ich finde nicht, nicht zu Hause, auswärts wäre das nochmal was anderes. Aber da werden wir sicherlich nicht drauf gehen, sondern versuchen unsere eigenen Stärken auszuspielen. Das bedeutet natürlich auch anhand der Laufwege, ihr seht das, die Außenverteidiger schieben schon ein gutes Stück vor. Aber insofern lasst uns einfach damit hantieren und in dieses wichtige Spiel, in diese englische und wichtige Woche gehen. Lissabon und dann in der Meisterschaft gegen Leipzig. Das ist eine brutale Woche und wir ärgern uns, denn Thielemanns ist verletzt. Und dann kommen wir zu den Nachrichten der Woche. Er hat eine Wadenprellung. Das ist echt eine Unzeit. Fällt vier Tage aus und damit für diese beiden Kracherspiele. Ganz, ganz bitter. Angebot für Csakir kam rein die Woche. Also noch ein bisschen Unruhe. Die Bayern boten 18 Millionen. Tatsächlich ein lächerlicher Preis. Haben wir abgelehnt. Hat ihn nicht zu sehr gestört. Wir haben Broja in der Mannschaft der Woche gehabt. Es hat ihn gefreut, dass wir das erwähnt haben. Und dann haben wir, und das möchte ich euch nicht vorenthalten, ein Angebot gemacht für Matej Kopecki. Den slowakischen A-Jugendspieler. Und guckt euch mal bitte an, was für ein Talent der ist. 10 von 10. Volle Sternanzahl. Und den wollen wir natürlich halten. Insbesondere nächste Saison. Aber mein erstes Vertragsangebot hat ihn schon mal nicht überzeugt. Und nach den vorangegangenen Gesprächen wird er erstmal nicht mehr mit uns reden. Wir hoffen, ihn bis zum Ende der Saison überzeugen zu können. Fünf Jahre wollte ich ihn in die zweite lotsen. Mal gucken, ob wir mit einem kürzeren Vertrag hinkommen. Wir werden das sehen müssen. Aber dieses Talent durch die Lappen lassen wir uns sicherlich nicht gehen. Starker Innenverteidiger. Wer weiß, was da draus wird. Tja, und dann müssen wir Thielemanns ersetzen. Und wie machen wir es? Sicherlich mit Viera? Dann haben wir gar keinen im zentralen Mittelfeld. Geschweige denn defensiv vorhanden. Bin schon am gucken, ob wir Aranguiz den Alstern mit reinpacken. Viera, nicht so überragend in Form. Das schmerzt auch noch bei Thielemanns, ne? Aber guckt euch mal Patrick Schick an. Was ist denn mit ihm los? Oder mit Florian Wirtz. Hochphase des Schaffens momentan. Na, die sind wirklich heiß. Aber da lohnt es sich wirklich, die Mannschaft jetzt genau so aufs Feld zu bringen. Cessignon richtig stark hier. Und das, obwohl er nicht ganz in Form ist. Broja mit einer 15er Form. Ah, das ist schon sehr, sehr gut hier momentan. Aber ich würde sagen, mit genau der Kapelle starten wir in dieses wichtige Europa-League-Spiel. Gegen Sporting Lissabon. Dann wollen wir mal. Zwischenrunde. Und nach zwei 4 zu 1 Ergebnissen in der Liga. Wollen wir jetzt natürlich sofort Gas geben. Wirtz stark auf Diaby. Ist links durch. Oh, der bleibt aber an Morita hängen. Aber sofort die Ecke danach. Grimaldo gewinnt das. Ne, Coates gewinnt das Kopffelduell im Zentrum. Nächste Ecke. Wow, ziemlich viel los in der ersten Minute. Schick und Sanjuist nach einer Ecke von Grimaldo. Der Gegner kann sich durchsetzen. Gefahr wurde gerade noch bereinigt. Guter Start von uns. Doch dann die Portugiesen. Santos zirkelt den Freistoß aufs Tor. Chacki bleibt auf der Linie. Paulinho verpasst nur knapp. Oh, wach sein. Grimaldo flankt von links. Bergwein erwischt den Ball im Strafraum. Außennetz. Weiter so. Und da ist die nächste Chance. Guter Angriff von uns. Schick ist da viel zu unkonzentriert. Schade. Tor geht am Tor vorbei. Porto, äh, nee, Lissabon. Die Portugiesen, wollte ich sagen. Lassen gerade ein bisschen schleifen. Leimer schickt Bergwein. Der ist flott. Ledesma muss Kopf und Kragen riskieren. Boah, aber dann rettet er. Leider kein Tor. Leimer legt eine Strafraumkanzel für Diaby auf. Verzieht den Flachschuss aus 19 Metern. Schickt ein paar Leute zum Warmmachen. Haben fünf Wechselpotenzial. Und dann die Ecke von Grimaldo. Dritte schon. Schwieriger Kopfball von Bergwein. Ledesma geht auf Nummer sicher. Und dann dürfte es noch eine Ecke geben für uns. So ist es. Amaro geht erschlossen dem Ball entgegen. Er reicht diesen Vorschick-Flugkopfball. Kann die Ecke klären. Ball vor die Füße von Diaby. Und er staubt ab. Und das ist das 1 zu 0. Und das ist natürlich geil. 41. Kurz vor der Pause. Gutes Timing. Sehr gutes Timing. Die Portugiesen wollen es wissen. Werden jetzt noch ein bisschen rauer in ihrer Spielweise. Wir sehen einen bockstarken Leimer zur Pause. Und Tabsoba, der das gut macht. Chaki geht so. Bergwein geht so. Wir haben aber noch was in der Hinterhand. Insofern gehen wir erstmal unverändert in die zweite Halbzeit. Wir haben uns das gut und gerne so vorgestellt. Tja, nimm hier die... Ne, Wirt sollte möglichst lange drauf bleiben. Denn wir loben die Stärksten wie immer. Und motivieren unseren Torhüter und Bergwein. Diaby auch ganz gut mit einer glatten 2. Rein in die zweite Halbzeit. Wir ändern erstmal nichts an unserer Vorgehensweise. Dafür ist das Spiel zu offen. Aber sofort eine Riesenchance. Trim-Pong von rechts. Kommt im 16er zu Schuss. Der Ball fliegt durch alle Beine durch. Abklatschender Torhüter. Und Diaby aus 5 Metern mit dem 2 zu 0. Was sind das für Timing-Tore bitte? Doppelpack Diaby. 41. 47. Und das ändert die Taktik natürlich brutal. Denn jetzt gehen wir schon auf die Konter. Werden mit den Bällen eher einen Ticken länger. Ugarte passt auf Morita. Der leitet zu Goncalves weiter. Lissabon traut sich mal wieder was. Boah, aber abseits. Gott sei Dank. Tor zählt nicht. Aufgepasst, Jungs. Stunde ist gespielt. Amaro mit dem faulern Schick. Gelb für Sporting. Aber dann nach Diskussionen mit dem Schiri. Stadion ausverkauft. Freut uns. Schwer ist das in Leverkusen allerdings. Bisweilen natürlich nicht. Freistoß von Grimaldo. Nimmt einige Schritte Anlauf. Schießt voll Spahn. Ledesma sieht den Ball spät. Taucht ab. Klatsche Ball gegen Innenpfosten. Von dort auf den Kopf des Torhüters. Und dann ins Torhaus. Boah, was eine Chance für uns. Schade. 3-0 wäre sicherlich der Deckel drauf. Für dieses erste Spiel. Auch wenn das nicht entscheidend ist in der K.O.-Runde mit Rückspiel. Aber ich finde trotzdem, wir können wechseln. Wir bringen Broja. Nein, wir bringen nicht Broja. Wir bringen Traore. Schnelle Leute. Bergwein hat sich ein bisschen gesteigert. Erster Wechsel hier. Broja aber zu bringen ist noch eine Option für mich. Der geht steil. Finde ich ganz gut. Also im Zuge der Kontersituation. Riesenchance jetzt wieder. Technischer Fehler von Quartes. Bringt Wirtz in Schussposition. Ledesma hält hier echt viel. Holt sich bisher die glatte 1 ab. So ist es. Auf Seiten der Lissabonner. Ecke kommt rein. Grimaldo. Kommt zu nah vors Tor leider. Ledesma wiederum keine Mühe. Noch 20 Minuten. Wir haben die ersten Ausfallentscheidungen mit Frimpong. Da bringen wir Masraoui. Wir machen das jetzt hier wirklich nach Frische. Und Sessegnon für Diaby. Der gut gespielt hat. Sessegnon vorne rein. Schön, dass wir das so wechseln können. Wirklich. Also Sessegnon ist ein absolutes Polyvalenzwunder. Inacio kommt für Amaro. Das ist die nächste Chance für uns. Traore ist nach einem langen Abschlag von Chaki plötzlich auf und davon. Spielt Inacio schwindelig. Aus 17 Metern unplatziert Ledesma erstmal wieder zur Stelle. Matteo Juraiz kommt für Quartes. Die Innenverteidigung wird hier stark ausgewechselt. Interessant. Gallagher passt bei einem Konter auf Traore. Der zieht aus dem Fünfer ab. Und natürlich hat der Desmond den Ball. Was ist das für eine Katze, ey. Und jetzt bringen wir Broja vorne rein. Und Aranguiz für Wirz würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Werden damit einen Ticken defensiver. Und trotzdem kann er das Spiel machen, logischerweise. Das ist gerade offscreen eingestellt. Broja holt sich gelb ab. Ist also im Spiel. Will was zeigen. Das gefällt. Rojinha für Paulinho. Gut klingender Wechsel, der den Portugiesen scheinbar auch nicht mehr hilft. 2-0 wäre jetzt hier wirklich wichtig. Wir machen hinten dicht. Bekommen noch eine Möglichkeit. Gallagher auf Traore verzieht. Aber Broja ist da. Boah, der macht das 3-0. Wie geil ist das denn? Broja seine Chance genutzt. Entscheidung im Spiel. Und riesen, riesen Hypothek für die Portugiesen im Rückspiel. Was für ein deutliches Ergebnis im Hinspiel der Zwischenrunde in dieser Europa League. Wir gucken gleich auf die Ergebnisse. Aber wir sehen einen riesigen Leimer. Wir sehen einen starken Traore, der den Assist geholt hat. Broja holt sich gelb und ein Tor ab. Ja, und das ist eigentlich, das muss eigentlich die Vorentscheidung sein. Dieses Tor von Broja macht hier das Tor zur Achtelfinalrunde ganz, ganz weit auf. Wir gucken auf die Spiele. Und sehen, dass Monaco gegen Braga 2-0 gewinnt. Nächste portugiesische Mannschaft. Eindhoven deutlich zu Hause. 3-0 gegen Michiland. Marseille gewinnt gegen Celtic. In deren unfassbar geilen Stadion. Das nur mal am Rande. Porto. Nächste portugiesische Mannschaft verliert gegen Portugal aus England. Wolverhampton Wanderers. Gonzalo Guedith mit dem Doppelpack. Betis holt ein 3-0 gegen Olympiacos. Oh, die TSG Hoffenheim geht deutlich baden bei Real Sociedad. Und Brügge gegen Leschposen. 3-1. Sieh einer an. Brügge, das alte Herzogtum aus Crusader Kings 3. Einfach nochmal einen schönen Gruß ins andere Let's Play rüber. Gewinnt hier deutlich gegen Leschposen. Die nur den Elfer verwandeln können. Und sich so aber noch eine Chance fürs Rückspiel aufhalten. Ich bin sehr gespannt auf die Rückrundenpartie. Beziehungsweise auf das Rückspiel. Wir konzentrieren uns aber leider Gottes und schon auf die Leipzigpartie. Neuer Jugendspieler. Immer daran interessiert. Alexander Langlitz. 16 Jahre. Guter Mann fürs defensive Mittelfeld. Und Innenverteidiger. Finde ich eine coole Kombi immer. Wenn das beides abdeckt. Sucht Dortmund so ein bisschen Gefühl. Zumindest viele Fans nach noch. Verpflichten ihn. Thiedemann ist leider noch 3 Tage raus. Also ein Stück weit bitter. Und dann darf man einfach trocken davon ausgehen. Oh, was hat Oskar Gluch gemacht? Riesendebüt gefeiert für den BVB. Gucken wir uns das hier mal an. Wahnsinn. In 18 Minuten ein Tor geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Sei es drum. Was ich sagen wollte ist, man darf davon ausgehen. Dass das hier, dass dieser Spieltag in der Red Bull Arena tatsächlich das Topspiel ist. Oh, und irgendwie habe ich den Bildschirm gerade übersprungen, um das zu sehen. Sei es drum. Es dürfte klar sein. Grimaldo und Diaby. Ärgerlicherweise beide Linksflügelspieler. Gelb vorbelastet. Bedeutet, es sollten nicht beide gelb bekommen. Sessegnon kann da helfen. Gucken wir mal, wer dann die zweite Option wäre dahinter. Guardiol könnte Linksverteidiger spielen. Und vorne haben wir natürlich mit Sessegnon und Traoré noch ein paar mehr Optionen. Und Bergwein kann das dann regeln. Ja, sei es drum. Sollte schon klappen. Oh, Tielemann ist es wieder fit. Ah, wird heute fit. Wow, das ist gut. Der hat die Form behalten. Oh, das ist wichtig. Gallagher. Auch nicht schlecht, aber natürlich nicht so gut. Und wir brauchen hier eine Top-Leistung gegen Leipzig. Das ist jetzt wirklich fast schon das wichtigere Spiel in dieser Woche. Traoré, 16er Form. Oh, der kommt für Bergwein, meine Damen und Herren. Wir wechseln hier erstmal Gallagher raus. Das ist schon brutal. Was wir hier für Möglichkeiten haben. Gallagher kommt rein für Aranguiz. Vieira bleibt draußen notgedrungen. Und Traoré auf rechts. Meine Güte ist das stark. Die Mannschaft ist dermaßen im Fluss. Guckt euch das mal an hier. Also ich erwarte, dass hier noch was schief geht. Als Berufspessimist mit der Mannschaft. Und wir sind auch in Anführungszeichen nur auf Rang 3 momentan. Ah, weil wir das Spiel übrigens verschoben haben. Wir gucken mal auf die Tabelle. Wir haben nicht gespielt. Die Bayern und die Dortmunder haben gewonnen. Das heißt, wir müssen. Wir müssen wirklich gegen Leipzig liefern. Nach unten ist ja vollkommen egal. Wir haben 14 Punkte Vorsprung auf die. Aber wir müssen diesen Sieg holen. Und das leider Gottes in Leipzig. Das ist ein schweres Spiel. Gucken auf den Vergleich. Und sehen natürlich Kunku und Werner. Olmo, Schuboschlager. Das ist schon volle Kassette. Wen haben die im Tor? Alban Lafont. Der ist gekommen von Nord für 34 Millionen. Ja, das bedeutet für mich auch tatsächlich, dass wir nicht so früh pressen hier. Und ein bisschen uns darauf einstellen. Traurig ist Wahnsinn. Ich motiviere die Jungs vor der Kabine. Dann gehen wir in die Kabine. Und dann gehen wir in diesen wichtigen Spieltag. Melden uns gleich zurück. Ja, so richtig passiert hier von den Texten nichts. Also, wir holen einen Unentschieden natürlich nicht. Wir können das gewinnen. Nein, wir wollen das gewinnen. Ja, ich gehe auf den Punkt. Und dann stehen wir vor dem 23. Spieltag in diesem Hexenkessel. Manche sagen dem Bullen Kessel. Wir sagen vermutlich dem wichtigsten Auswärtsspiel in dieser Rückrunde. Los geht's. Tedesco, Schicksalsspiel. Ich bin echt gespannt, wie wir in die Partie reinkommen. Erste Viertelstunde komplett ruhig. Wir sehen, dass hier nichts passiert. Gar nichts. Insofern sagen wir mal, geht drauf. Und da ist die erste Chance über Charki. Lang in den gegnerischen Strafraum. Diaby gewinnt das Kopfballdoll gegen Schemakott. Sieht sofort ab. Lafont dreht den Ball gerade noch um den Pfosten. Glanzparade. Es geht weiter mit den guten gegnerischen Torhütern. Aber das ist genau der Spirit. Keine Ecke, leider Gottes, danach. Leipzig macht nicht viel. Gelb für Leimer. Und dann die Leipziger das erste Mal über den Kunku. Quadiol verbeißen sich in den Zweikampf. Eigentlich Leipzig gegen Leipzig. Das Duell. Abseits entschieden. Alles ruhig. Halbe Stunde gespielt. Werner hebelt die Abwehr durch den Lupfer aus. Olmo steht einen Meter im Abseits. Wird Gott sei Dank zurückgepfiffen. Aber Leipzig kommt jetzt. Standardvariante von Leipzig. Schurbo Schleip bringt den Freistoß hoch. Auf den kurzen Fass. Und Schlager verlängert. Zweiter Fassung. Gunku. Der muss den Ball nur noch drücken. Aber Charki hat aufgepasst. Das geht so nicht, Jungs. Dann ist die Chance da für uns. Diaby setzt sich gegen zwei Sachsen durch. Spielt auf Leimer. Der lässt Schimakon ins leere Rutschen. Flankt nach innen. Lafont kommt an den Ball. Aber legt für Würz auf. Und der lupft den Ball zurück zu Lafont. Das war ein ziemlich lautes Durchatmen. Habe ich das Gefühl. 35 Minuten gespielt. Aber ärgerlich. Wichtiges Tor wäre es gewesen. Traore mit einer wunderbaren Vorlage für Diaby. Der macht das Tor. Dummerweise stand Traore selbst im Abseits. Treffer zählt nicht. Eine Minute gibt es obendrauf. Und dann ist Halbzeit. Wenig los. Wenn, dann wird es gefährlich. Was eine Mannschaft. Was eine Form. 0-0. Spannend. Definitiv. Bayern und Dortmund gucken zu. Haben schon gespielt. Haben schon gewonnen. Hier ist heute mehr drin. Keinen Fall nachlassen. Das ist das Bessere, was wir hier ansagen können. Wir sehen einen starken Grimaldo und Chak hier. Diaby. Aber ich möchte gerne vorne Schick am Riemen reißen. Thielemann zwar verletzt. Eher Leimer. Wird es. Da kann noch ein bisschen mehr kommen. Ja und die englischen Wochen. Ihr seht das. Langen nicht mehr alle mit der Frische so dabei. Rein in Halbzeit 2. Das lassen sich alle warm machen. Boah. Angelinho versetzt Frempong sofort. Zu Beginn der zweiten Halbzeit. Außenpfosten. Was eine Aktion vom Linksverteidiger von RB Leipzig. Und Guardiol bekommt Gelb wegen Meckerns. Alles noch okay. Kusunu ist eine Option. Können natürlich auch hier keine gelb-roten Karten riskieren. Das ist mir alles ein bisschen zu passiv. Wir gehen doch wieder ein Stück weit drauf. Bleiben aber mit unseren ansonstigen Ausrichtungen eigentlich genau so, wie es jetzt ist. Und dann eine Riesenchance. Leimer erobert den Ball auf linken Flügel. Startet durch. In die Mitte kommt Diaby gelaufen. Umspielt den Gegenspieler. Trifft aus zentraler Position. Nur den Torhüter, der den Ball zur Ecke abklatscht. Torhüter kommt raus nach der Ecke. Greift zu. Schick schüttelt den Kopf. Weiter kein Tor. Was ist in der 57. los? Nichts. Gute Stunde gespielt. Wechseln. Guardiol raus. Kusunu rein. Ja, ich denke schon. Wollen hinten nichts riskieren. Leimer raus ist eigentlich keine Option. Broja vorne rein? Fragezeichen. Schick läuft heute nicht so. Nee, noch nicht. Da sind noch Bergwein, Cessinior, Gallagher. Wir warten das ab. Aber Kusunu bringen wir schon. Wirtz hier der Erste, der ein bisschen durchlaufen muss. Nächste Riesenchance. Diaby fällt der Ball vor die Füße. Fackelt nicht lange. Oh, und Boateng. Was ist denn Boateng da dabei? Jerome Boateng, meine Damen und Herren. Coventry City Let's Play bei uns angestellt. Hier allerdings in Diensten der Leipziger. Und er rettet. Und die nächste Riesenchance, die wir vertändeln. Das ist bitter. Frimpong auf rechts. Masraoui kommt. Klostermann kommt für Boateng jetzt in der Innenverteidigung. Spiel flacht ein bisschen ab. Silver für Werner. Oh, Elfmeter. Gelb für Kastanier. Wir haben den Elfer in der 73. Oh mein Gott. Klares Foul von ihm an Traoré. Und da ist der Elfer für uns. Es läuft an Tabsoba. Und er macht das Tor. Oh, Weltklasse. Das 1 zu 0. Das fünfte Tor von Tabsoba. Stark. Und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt auf die Konter gehen. Wir bringen Broja, der das gut ausspielen kann. Hoffe ich jedenfalls. Gallagher für Leimer. Ja, definitiv. Gelb vorbelastet. Und frische Technik nicht mehr ganz auf der Höhe. Ja, wir gehen auf die Konter. Gehen ein bisschen tiefer. Machen nicht mehr so viel fürs Spiel. Und ändern natürlich unsere Ballstafetten auf eher lange Bälle. Sturmtang Broja ist Quatsch. Aber er bekommt auf jeden Fall die Anweisung, steil zu gehen. Ja. Und dann rein in diese Schlussviertelstunde. Wie viel Wechsel haben wir noch? Einen. Einen haben wir noch. Aber was für ein wichtiges Elfmeter-Tor. Forsberg nochmal für Schubo Schley. Geht raus und wechselt zu Liverpool so ungefähr. Sehr laut für Nkunku. Nächste Chance. Angriff jetzt über Gallagher. Und Thielemanns. Flanke nach innen. Oh, Ecke für uns. Können wir die verwerten? Das wäre so wichtig. Grimaldo. Kurze Variante. Legt den Ball auf Gallagher. Der zieht über das Tor. Drückend überlegend jetzt. Das muss zu einem 2 zu 0 führen. In dem entscheidenden Konter. Haben vorne echt Trauré. Bergwein. Ja. Wechseln wir hier aus. Trauré leider seine Chance nicht ganz genutzt. Eine 4 ist jetzt keine Katastrophe. Aber nicht gut. 10 Minuten noch. Klostermann holt sich gelb ab. Die Leipziger schwimmen ein Stück weit. Lassen sich gerade brutal hinten reindringen. Olmo verletzt sich. Bergwein kommt. Was kann er noch ausrichten? Raum für Angelinho. Wir machen hinten dicht. 2 Minuten gibt es oben drauf. Reicht das? Leipzig kommt nochmal. Olmo läuft sich auf links frei. Flank zu Forsberg. Tschakir kommt aus dem Tor und pflückt den Ball sicher runter. Und dann ist Schluss. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe die Faust gerade mal gereckt. Guardiol bekommt so einen Tagessatz fürs Meckern. ganz sanft drüber. Boah, was ein wichtiger Sieg. Und wir brauchten den Elfmeter. Wir brauchten den Elfmeter, um dran zu bleiben an den Bayern. Einen Punkt nach wie vor. Die lassen wenig liegen, aber wir sind dermaßen dran. Nur zwei Niederlagen bisher. Boah, war das wichtig. Dortmund gewann 3-2 in Hannover. Adeyemi, Adeyemi. Und ja, Oskar Glück hier. Das war das eine, was wir gesehen hatten. Und die Bayern, oh, mit einem 3-2. Die waren auch mal wieder 2. Also die Bayern sind hier nicht fehlerfrei. Schon am letzten Spieltag ging das irgendwie gerade noch so über die Runden, meine ich mich zu entsinnen. Das war, ja, ja, gegen Wolfsburg. Hier, die waren auch da hinten. Wieder ein 3-2 der Bayern. Brutal. Aber wir bleiben dran. Und das ist gut. Boah, aber Leipzig auch kein leichtes Programm. Müssen sofort unter der Woche dann hier in der Champions League im Achtelfinale gegen Liverpool ran. 1-1. Sörloth holt hier den Ausgleich. Chelsea gewinnt 2-0 gegen die Bayern. Neapel deutlich gegen Donetsk. United, Dreierpack. Anthony Martial gegen den BVB. Real Madrid 3-0 gegen Roter Stern Belgrad. Wahnsinnspartie. 4-1 gewinnt City in Barcelona. Gute Nacht. Doch wir hören einen schönen Fado in Lissabon. Es ist schon das Rückspiel in Umbongo Stadion. Das ist definitiv ein Sponsor. Die Arena heißt normalerweise anders. Ich gebe nochmal zu Protokoll, da schon gewesen zu sein. Wirklich schönes Spiel und schönes Stadion gewesen. Kann das auch ein Stück weit untermauern, während das das Topspiel ist tatsächlich. Denn da gibt es dann abends um 10 Uhr den Anpfiff und da trinkst du dann auf dem Sitzplatz halt deinen Kaffee. Ist anders geil, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz werden wir hier in dieser Partie, ob des 3-0s aus dem Hinspiel, sicherlich einiges, einiges variieren. Die Mannschaft ist unfassbar stark drauf und richtig gehypt momentan. Ihr seht das. Aber wir müssen noch die zweite Elf mit reinholen. Gegen Köln kommt dann das nächste Spiel am Wochenende. Und dann ist Achtelfinale am 29. Februar potenziell. Puh, das wird hier alles ganz schön knapp. Also wenn wir hier noch, wir könnten das hier schon verlegen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und Stuttgart verlegen wir auch schon. Nur pro forma, das muss man ja jetzt wirklich einplanen. Aber das sind schon viele englische Wochen. Erst nach Hannover können wir uns erholen. Stuttgart, Frankfurt, Hannover, die Mainzer im DFB-Pokalfittelfinale. Wir sind auf allen Hochzeiten noch vertreten. Nicht zuletzt deshalb werden wir diese Mannschaft ein bisschen umstellen und es in der nächsten Folge wiedersehen. Wir sind dermaßen on fire. Es macht nur Angst, wann es schief geht. Denn die Bayern liefern natürlich auch ab. Du brauchst diese Saison, um so oben mitspielen zu können. Und wir werden sehen, wie wir uns schlagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bayer Leverkusen hier im FM 23. Schön, dass ihr da wart. PS, wer im Tippspiel noch nicht registriert ist, einfach mal auf meine Videos im Kanal schauen. www.kick-tipp.de-letsplinter könnt ihr die Bundesliga mittippen. Ihr habt dann, wenn ihr jetzt noch nicht dabei seid, den ersten Spieltag vermutlich schon knapp und ganz verpasst. Aber das könnt ihr noch aufholen. Also anmelden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.